Also nochmal, für mich jetzt zum zweiten Mal der Versuch, mindestens 100.000 Dollar auszugeben, keinen Zug in den falschen Bahnhof einfahren zu lassen und 180 zu verdienen. Was am Anfang nicht so wirklich leicht ist. Erst später, wenn das Netzwerk hier steht, sollte man da wohl die Züge kaufen. Dann bringen sie nämlich etwas mehr. Cash. Ich habe mir zumindest jetzt mal einen gekauft, denn das ist ja Blödsinn hier. Oh, 1300. Die wollen mich wohl mobben. Den kann ich auch da benutzen. Und hier nochmal hoch, damit der auch zum Lilianen kommt. Okay. Der Mannπεld istuju. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist schön Auch noch einer mit 10.000 am Anfang Ach, jetzt geht es da oben wieder los Ist ja ganz blöd jetzt gemacht Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen korrigieren Hier Zum Wohle aller Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen korrigieren Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen kurzer Aber das kannbreadste Ich brauche Geld. Das sieht man gleich. Oh. Ich muss jetzt ganz genau konzentrieren. 12.000, das darf ich mir nicht entgehen lassen. 12.000, das darf ich mir nicht entgehen lassen. Das war es anscheinend schon wieder mit dem letzten Zug hier. 12.000, das darf ich mir nicht entgehen lassen. Ach, da oben ist auch noch einer. Gut. Aber hat geklappt. Die richtige Anzahl an Züge gekauft. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Sehr gut.